Hä? Leute, irgendwie ist mein Video von vorne begonnen. Wie ihr seht, haben wir ein Dings gekauft, eine Box. Hä? Ja, ist egal, mein Video ist von neu gewesen. Wir müssen sie aufmachen, weil ich kann sie irgendwie nicht traden. Ähm, muss ich mich jetzt machen? Oh, schon. Oh. Leichte Frucht. Leichte Frucht. Abzocke, wir haben gar nicht bekommen. 23 Euro umsonst. Also eher gesagt, 50 Euro umsonst. Weißt du, hast du irgendwie verliebt? Hä? Nee, ist Box. Weil ich diese Frucht schon hab, wie im Leben. Hä? Leichte Frucht. Oh, jetzt hab ich zwei. Hä? Obwohl ich keinen Platz hab. Egal. Komm, komm, komm. Komm. Komm her. Komm, bewegt dich. Komm, ist Trayden. Trayden. Hier, Bro. Just come over here. Komm, hier, hier. Hier, hier, trade, trade. Und hier. Hallo, hello. Oh, komm, komm. Eigentlich wollte ich ja ganz anders den machen. Ja, Bro, setz dich hin, ne? Bitte, er soll mich gleich nicht verdammt haben. Wieso hast du den nicht mehr? Ja, der war okay, der hat mir keinen Bock mehr, Alter. Okay, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ja, ich wollte eigentlich auch so mit euch ungefähr so, keine Ahnung, Level 750 Sprinten oder so. Ja. Was noch hinten ab geht, gar keine Ahnung. Aber jetzt geht's erstmal los. Weißt du, hast dich in Geo verliebt? Say my name, say my name. Du hast dich in Geo verliebt, say my name. Ich hab die beste Taktik. Los. Ich hab die beste Taktik. Los. Los, 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 los. Sorry, ich musste ganz kurz was machen. Okay, ähm. Bevor ihr XP Code eingetan habt, also reingetan habt, müsst ihr erst mal sieben Leute töten. Also fast die ganze Quest machen. Wieso macht sich nicht Transformation an? Boah. Ich bin warm. Einfachs ganz easy, sich weiter töten. Okay. Ganz schnell. Leute, wundert euch nicht. Ich bin ein bisschen verkühlt und ein bisschen krank, kalt. Aber es geht so hin. Los, los. Los, los. C liv. Los. Los. Lass uns den ganzen Kutsch beim Aufkav. Um... Zu... Was, hast du denn kommen? Das sind ganz kurz günstig. Okay, so, jetzt müssen wir den XP-Code eingehen. Let's see. Ich höre ganz kurz, jetzt habe ich den XP-Code. Schreiben ganz kurz. Auf Englisch. How to get weed. Was ist für weed weed? Double X. Double XP-Code in Blocks-Fruit. Bei Dingen sind meine Schreibdinger unsichtbar. Okay, das ist es. Sub. Zwei. Gamer. Gamer. Keine Ahnung. Wird mit doppelt R geschreit? M. Nein, doch nicht. E. E. R. R. O. R. U. 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 Unterstrich, also Unterstrich, weil er hat es auf Englisch gerade erklärt. Unterstrich, R, E, S. E, T, E, T, E, T, E, T, E, T, E, T. Perfect. Äh, was haben wir mit Klob? Äh, das ist gesetzt! Oh mein Gott! Digga! Der Typ hat gesagt, Digga, das, oh mein Gott, das sind diese Hacker-Dinger, nicht Hacker-Dinger, sondern Refund-Dings. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben einen Refund bekommen, kein WXP-Code. Das ist irgendwie außergewinnig, dieser Code. Okay. Tee... 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 Das wird so krass. Manche, also alle wissen es gefühlt noch nicht. Ich war in einem Englisch-Kindergarten, ich kann gut Englisch. Okay, das geht schnell. Ich habe auf Englisch gesagt, vielleicht seht ihr dieses Video, ich werde mich so freuen. Hey, wieso werde ich nach vorne gedasht? Manchmal legt man einfach nach vorne gedasht und ist so cool. Oh, oh. Rabi fast bad. Rabi fast bad. Wie jetzt gerade? Was ist denn eine Mission? Oh, was ist denn eine Mission? Keines Kinds, kein Moose Brain mit seiner Bruderfacht. Leute, das Video war jetzt gut, weil ich musste was erledigen. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss. Ciao.